Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten von und mit André Christen. Und das bin ich mit einer neuen Folge zum Lebensweg. Ich musste jetzt gerade erst mal nachgucken, wann eigentlich die letzte Folge zum Lebensweg online gegangen ist. Und das war tatsächlich Ende Juni 2022. Ich hatte ja da eine längere Pause und der Titel der Episode, wenn ihr daran anschließen wollt, ist Eheende aus. Dort hatte ich erzählt über die Scheidung mit der Mutter meiner Tochter und wie das so bei mir war und wie wir das geregelt haben, trotzdem dann noch Eltern zu bleiben in dem Moment. Also hört da gerne rein, falls euch das interessiert und ihr da noch mal nachhören möchtet. Demnächst findet ihr auch auf der neu gestalteten Webseite, die ich derzeit überarbeite, alle Lebenswegfolgen auf einer Seite gebündelt, sodass ihr euch dort dann nochmal genau die Folgen filtern könnt, nur zum Lebensweg. Aber das dauert noch ein bisschen, ich denke Ende Januar. Und da werde ich sicherlich auch hier im Podcast, aber zumindest im Podlog drüber berichten. In der heutigen Folge soll es jetzt eben im Lebensweg weitergehen. Was war denn das für eine Zeit nach der Scheidung? Wie ging es mir da? Und insbesondere möchte ich da heute meine finanzielle Situation erläutern und darstellen, wie es dann für mich weiterging. So eine Scheidung heißt es immer, ist kostspielig. Das war es in dem Falle für mich tatsächlich nicht, zumindest was die Scheidung selbst anbelangt. Aber, und jetzt kommt es, ich hatte während unserer Ehe ein Haus gekauft. Aus den verschiedensten Gründen lief der Hauskauf nur auf meinen Namen. Das heißt, ich stand im Grundbuch, ich stand in den Kreditverträgen und so weiter alleine drin und musste natürlich dafür auch alleine haften. Das war auch alles so in Ordnung und wie gesagt hatte verschiedenste Gründe. Nun war vor der Scheidung im Prinzip in den zwei Jahren, wo wir schon getrennt lebten und auch wirklich getrennt waren. Also das war ja einfach klar und die Scheidung hat einfach ein bisschen gedauert. Die ganzen Formalitäten mit der Rentenversicherung und so weiter. Das dauerte einfach, bis wir dann wirklich geschieden waren. Aber in dieser Zeit haben wir versucht, dieses Haus und den Kredit zu halten. Meine damalige Frau hat dann eben auch gearbeitet, trotz der sieben Kinder, was natürlich eine zusätzliche Belastung auch für sie war. Und ja, ich habe schon Vollzeit gearbeitet. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Also klar, manche machen auch einen zweiten und dritten Job, aber ich hatte eine leitende Tätigkeit. Ich habe viele Abende in der Kita auch verbracht, wo dann Elternabende waren und, und, und. Habe ja auch noch zusätzliche Aufgaben gemacht in dem Job für meinen damaligen Arbeitgeber. Also war eben für den Träger noch tätig, für andere Kindergärten und so weiter. Somit war irgendwann diese finanzielle Belastung einfach für uns beide nicht mehr tragbar, weil das einfach zu viel war. Ich ja auch das neue Haus gemietet hatte, auch wenn das sehr günstig war. Trotzdem war es halt eine doppelte Belastung. Ich habe dann hin und her überlegt, wie ich das machen kann. Und ich wollte aber zu dem Zeitpunkt, und da stehe ich auch nach wie vor dazu, nicht, dass meine damalige Frau mit den Kindern ausziehen muss. Weil das Haus, zumindest was die Räume anbelangte, schon ziemlich gut war. Jedes Kind hatte sein eigenes Schlafzimmer und wir hatten große Gemeinschaftsräume, Küche und Wohnzimmer und so weiter und so fort. Also das war schon ziemlich gut, das Haus. Wir hatten ja auch da lange danach gesucht, das zu finden, beziehungsweise meine damalige Frau, bevor wir verheiratet waren, hat das alleine gesucht, weil da ein Hauswechsel anstand. Aus der einen Mietwohnung mussten sie raus mit den Kindern. Da hatten wir ja nicht offiziell zusammen gewohnt, waren aber schon ein paar. Deswegen wollte ich eben nicht, dass sie da aus dem gemeinsamen Haus raus müssen und bin eben selbst rausgegangen, weil das viel einfacher war, für mich selbst was zu finden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das Haus musste weg, musste verkauft werden und ich konnte die Kreditraten einfach nicht mehr bezahlen. Das wuchs mir alles über den Kopf und letztendlich bin ich dann zur Schuldnerberatungsstelle gegangen. Mein damaliger Arbeitgeber hatte unter anderem auch so eine Unterträgerschaft, also waren das quasi Arbeitskollegen von mir, wenn man so will, aber mir persönlich bis zu dem Tag eigentlich nicht bekannt. Und in dem ersten Gespräch mit der Kollegin bei der Schuldnerberatungsstelle war relativ schnell klar, dass meine finanzielle Situation so war, dass mir gar nichts anderes übrig blieb, als die sogenannte Privatinsolvenz, Verbraucherinsolvenz anzumelden. Und ich habe noch dort vor Ort den Antrag mit ihr zusammen ausgefüllt und unterschrieben. Das war ein derber Schlag ins Gesicht, sage ich euch. Das tat mir richtig, richtig weh, weil da natürlich neben der Beziehung ein weiterer Traum, wie ich damals dachte, das Haus zu haben, geplatzt war. Und ich mir selbst eingestehen musste, dass es halt nicht funktioniert hat. Das war ein sehr, sehr unschöner Moment. Bis zum Verkauf des Hauses, was dann über den Insolvenzverwalter lief, dauerte das, glaube ich, bestimmt noch ein Jahr. Meine damalige Frau und dann Ex-Frau hat noch eine ganze Zeit lang mit den Kindern in dem Haus gewohnt. Und es fand sich Gott sei Dank zum damaligen Zeitpunkt dann auch eine gute Lösung, wo sie dann mit den Kindern bleiben konnte. Das würde aber die Geschichte jetzt sprengen und das ist ja auch nicht meine Geschichte, das ist ja dann ihre Geschichte. Und ich habe das ja nur am Rande dann begleitet. Aber die Insolvenz hatte natürlich für mich den großen Vorteil und ich sah es und sehe es bis heute noch als große Chance, die Schulden loszuwerden. Ich habe die Verbraucherinsolvenz in sechs Jahren durchlaufen. Das heißt, es geht vom ersten Tag des Anmeldens bis zur sogenannten Restschuldbefreiung sechs Jahre lang. Und dann verläuft es in verschiedenen Etappen. Die erste Etappe ist das sogenannte gerichtliche Verfahren, wo alles Verwertbare verwertet wird. Bei mir selbst gab es nichts Verwertbares außer dem Haus. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein altes Auto, was ich ja brauchte, um zur Arbeit zu fahren. Und mir wurde natürlich dann auch von meinem Arbeitsentgelt, von meinem Lohn, wurde mir ein ganzer Batzen auch gepfändet über die ganzen sechs Jahre. Das ist auch in Ordnung gewesen aus meiner Sicht, aber es waren natürlich sechs Jahre, die nicht so einfach waren, die für mich sehr anstrengend waren in manchen Bereichen, vor allen Dingen natürlich finanziell. Und ich bin sehr dankbar, dass ich immer wieder auch mal Unterstützung hatte durch Familie und Freunde, die mir dann auch mal hier oder da finanziell ausgeholfen haben. Und ich dann in prekären Situationen, größere Autoreparaturen etc. pp. könnt ihr euch vorstellen, dann auch mal Unterstützung hatte aus der Familie. Da bin ich heute noch sehr dankbar drüber. Ja, das ist immer nicht schön sowas, aber mir ist es wichtig, nochmal klarzustellen heute, dass es wirklich eine große, große Chance für mich war. Ich glaube mittlerweile ist das Ganze, auch Corona-bedingt, noch kürzer die Zeit. Ja, eine wirkliche Chance. Das heißt natürlich nicht, dass ich das leichtfertig gemacht habe. Und das hört sich jetzt hier in der kurzen Folge letztendlich an, als ob ich das irgendwie innerhalb von ein paar Minuten entschieden hätte. Nee, das war natürlich nicht so. Bevor ich zur Beratungsstelle gegangen bin, habe ich mich natürlich sehr intensiv damit beschäftigt gehabt und überlegt, wie ich das Ganze angehen kann. Aber es blieb einfach keine andere Lösung und ich bin sehr froh, dass es heutzutage eben solche Lösungen gibt. Es gibt da drumherum noch viel zu erzählen, sodass ich jetzt, weil die Zeit schon wieder fortgeschritten ist, sehe ich, vielleicht überlege, noch einen zweiten Teil da dran zu machen, um einfach nochmal das zu klären, wie das vonstatten gegangen ist. Mal gucken, ob ich da nochmal was dazu mache oder ob es dann einfach mit der nächsten Lebenswegfolge demnächst dann weitergeht. Und ich werde jetzt versuchen, so ungefähr einmal im Monat eine Lebenswegfolge auf den Weg zu bringen, damit ihr da dann auch up to date seid, wie sich das so alles gestaltet hat bei mir. Letztendlich sind wir jetzt im Jahr, jetzt muss ich mal überlegen, wann die Verbraucherinsolvenz, wann ich die angemeldet habe. Ich glaube, das war so 2008, 2007 oder 2008, so um den Dreh. Und dann geht es irgendwann demnächst weiter mit der nächsten Folge zum Lebensweg. Wenn du Fragen zu dieser Verbraucherinsolvenz hast oder zu den Dingen hier aus dem Lebensweg, dann melde dich gerne bei mir. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn dir diese Folge gefällt, darfst du sie gerne teilen. Danke für deine Unterstützung. Danke für deine Unterstützung.